ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute gucken wir uns starfield mit der 3070 an dazu habe ich folgendes setup aufgebaut ein msi godlike x570 board mit einem ryzen 9 5950 x mit 64 gigabyte corsair dominator platinum arbeitsspeicher der 3600 cl 18 läuft die gpu oder ähnliches ist nicht übertaktet der arbeitsspeicher läuft im xmp ich habe nur von der grafikkarte ein wenig die lüfter kurve angefasst weil die 3070 ist ein faunas edition und die ja es generell immer etwas wärmer wie die kasse modelle und ich mag es kühl da wollen wir mal sehen ob wir mit der 3070 irgendwas geschossen kriegen in starfield hier ein diese gali hinten hier 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 Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020